Das weiße Gold. Weißes Gold. Diese Bezeichnung steht zu Recht für das feine weiße Porzellan, welches unter vielen abenteuerlichen und tragischen Umständen im Jahre 1709 von Johann Friedrich Böttcher erstmals in Europa hergestellt wurde. Auf Geheiß des Sächsischen Rufes, August des Staaten, wurde unter Böttchers Leitung die erste Produktionsstelle, die königliche Porzellanmanufaktur Mais, gegründet. Heute noch wird hier, nach Böttchers Rezept, das weltweit geschätzte und begehrte weiße Gold gemacht. Inbegriff filigraner Schönheit und zierlicher Eleganz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und Und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und 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 Und